2. März 2024, Mittagszeit, so plus 13 Grad, sonnig und die Biene fliegen wie im Sommer. Die bringen auch Blütenpollen und so sieht das alles aus, macht richtig Spaß zuzuschauen wie die arbeiten und die freuen sich auch das Frühling endlich da ist und vor allem man freut sich, wenn man sieht, dass die alle fliegen. Das macht richtig Spaß mit Biene zu arbeiten, das tankt positive Energie, einfach zuzuschauen und genau das brauchen wir, schwierige Zeitzeiten, Krisenzeiten und so weiter. Also allen wünsche ich schon das Wochenende und viel Spaß mit meiner Arbeit. Man sieht, wie die fliegen.